In diesem Video geht es um die besten Warmwasserspeicher. Der Qualitätssieger in unserem Warmwasserspeichertest geht an den AEG HU Z5 Öko. Das neue Thermostop-System sorgt dafür, dass die Wärmezirkulation durch die Temperierbatterie verhindert wird. Das spart bis zu 0,4 Kilowattstunden am Tag. Was nach wenig klingt, bedeutet je nach Tarif bis zu 30 Euro weniger Stromkosten im Jahr. Die Drop-Stop-Technologie sorgt dafür, dass beim Aufheizen kein Tropfwasser aus dem Wasserhahn entweicht. Die Installation ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Stiebel Eltron SNU5. Warmes Wasser ohne Verluste. Dafür sorgt dieser Kleinspeicher, denn er ist so konzipiert, dass lästige Nebeneffekte gar nicht erst auftreten. Die bei der 5 Litern Variante integrierte Antitropffunktion verhindert das Tropfen Ihres Wasserhahns während des Aufheizens. Das reduziert Kalkablagerungen. Geeignet für die Warmwasserversorgung einer Zapfstellen, zur Versorgung eines Waschbecken oder einer Spüle. Stufenlose Temperaturwahl über Drehwähler von 35 bis 85 Grad. Temperaturbegrenzung bei 38, 45, 55 und 65 Grad. Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Energiesparend durch Antitropffunktion verhindert das Tropfen, spart Wasser und reduziert Kalkablagerungen und Thermostoppfunktion verhindert das Aufheizen der Temperierarmatur. Installationssystem für eine schnelle und einfache Untertischmontage. Darf nur drucklos mit druckloser Armatur betrieben werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Warmwasserspeicher-Test ist der AEG HU-Z5. Der offene Kleinspeicher HU-Z5-Basis hat ein Speichervolumen von 5 Litern und ermöglicht eine stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 bis 85 Grad. Der Bereitschaftsstromverbrauch liegt bei 0,24 Kilowatt pro Tag. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer kann durch Ziehen des Netzsteckers zurückgesetzt werden. Verwendung nur mit Niederdruck druckloser Armatur erkennbar an den drei Anschlussschläuchen keine Schlauchbrause Armatur verwenden. Hoher Warmwasserkomfort für eine Wasserstelle sofort heißes Wasser in Küche und Bad. Einfache Installation steckerfertig, Untertischmontage. Sparsam und effizient hochwertige Wärmedämmung, niedriger Standby-Verbrauch, Energiesparstellung, Energieeffizienz Klasse A, geprüfte Sicherheit durch VDE Prüfinstitut, Frostschutzstellung. Made in Germany. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.